Das ist Timon Kunze, der deutsche Meister am Scooterfahren und er meinte zu mir, Chris, diesen Flatline-Trick schaffst du niemals mit dem BMX-Bike. Jetzt lacht er noch. So, ich probiere reinzugehen, werde ich es schaffen, diesen Trick zu pullen. Wow, sogar mit G-Turn. Ladies and Gentlemen, liebe Scooterfahrer, wenn ihr den schafft, dann bekommt ihr für mich einen Scooter geschenkt und jetzt mit einer Hand. Timon, nächste Challenge an you. Schaffst du den Move mit einer Hand? Guck mal jetzt dein Gesicht.